Feuer, das ist die Flammenbildung bei der Verbrennung und der Abgabe von Energie. Diese Energie bei der Verbrennung kann wieder genutzt werden durch Heißwasser und Dampferzeugung mit Wasserrohrkesseln von Wehrle. Als international anerkannter Hersteller ist Wehrle Spezialist in Sachen Kesselanlagen zur thermischen Nutzung von Haus- und Gewerbeabfällen, Sonderabfällen, Biomassen und konventionellen Brennstoffen. Jahrzehntelange Erfahrung im Anlagenbau von einzelnen Systemkomponenten bis zu schlüsselfertigen Gesamtanlagen macht uns zum Profi in der Energietechnik, konsequent auf Ihre Anforderungen ausgerichtet. Wehrle ist Ihr Partner von Anfang an. Nach einer bedarfsorientierten Beratung und Planung beginnt unsere zielführende und systematische Projektbearbeitung von Neu- und Umbauten. Ihren individuellen Gegebenheiten und Anforderungen folgend erarbeiten wir für Sie das optimale Verfahren. Hier nutzt Wehrle Energietechnik modernste Werkzeuge zur thermodynamischen Dimensionierung, verfahrenstechnischen Planung und Konstruktion und stellt sicher, dass die Resultate von erfahrenen Händen erstklassig gefertigt werden. Unsere großvolumig vorgefertigten Bauteile stehen für Qualität und Termintreue. Wehrle Energietechnik bietet höchsten Service über die Werkstore hinaus. Unsere Zuverlässigkeit und Leistungsstärke zeigt sich auch bei der Montage und Inbetriebnahme. Und nach der Übergabe an den Kunden steht das Serviceteam der Wehrle Energietechnik und der Tochtergesellschaft Ecoterm in Sachen Beratung, Wartung, Revision und Instandhaltung partnerschaftlich zur Verfügung. Unser Ziel ist die Zufriedenheit unserer Kunden als Beweis für Qualität und Nachhaltigkeit der Arbeit. Wegen der bisherigen positiven Arbeitsergebnisse der Firma Wehrle wünschen wir uns eine weitere gute, gedeihliche Zusammenarbeit. An der Firma Wehrle schätzen wir vor allem bei geplanten Stillständen die gute Durchführung, Planung und abschließende Dokumentation. An der Firma Wehrle schätzen wir vor allem die Zuverlässigkeit. Wehrle ist ein verlässlicher Partner, auf den wir jederzeit zählen können. Von der Komponente bis zum System. Konsequent auf Ihre Anforderungen ausgerichtet. Das ist die Welt der Wehrle Energietechnik.